Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge Nummer 7, nee 6, Vorschau Nummer 6 von, sag schon, Black Skylands. Mein Problem ist, dass ich gerade vergessen habe umzuschalten. Ich habe schon einen Kampf hinter mir, aber bin zu dieser Insel gefahren und habe dann versucht, das alles hinzukriegen. Aber irgendwie war das nicht so erfolgreich, weil ich schon wieder gestorben bin. Wie ihr seht, bin ich ja hier schon wieder ins Städtchen gewandert. Man muss wieder da hinfliegen, also wir haben es noch nicht ganz so weit geschafft. Gut, jetzt fliegen wir da wieder hin. Das Schiff ist wieder heile, war zwischendurch auch mal kaputt. Und ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das weitere an. Bis gleich. So, jetzt fliegen wir die Richtung. Ich versuche mal dann nicht irgendwo rein zu landen hier. Diese Minen sind ja überall. Ich muss gucken, dass ich die Leute, die mich nicht mögen, wieder abschieße wahrscheinlich. Da habe ich eben auch schon mal welche abgeschossen. Und ja, da oben ist schon einer. Kriegen wir den noch? Kriegen wir noch, oder? Stahlte sich gerade schwierig, die abzutreffen und doch hier lang zu fliegen. Ich bin doch nicht so gut im Fliegen, ne? Aber ich kann die auch abschütteln, so wie es aussieht, ne? Ich habe keine Munition mehr, kann das sein. Kann auf jeden Fall nicht schießen. Ja, hier bei der Insel waren wir letztes Mal schon. Haben wir da geguckt und nichts gesehen, ne? Ja, Milzinsel ist in Gefahr. Ja, super, ne? Ich kann jetzt, wie gesagt, nichts tun, weil ich keine Munition mehr habe. Bremse rückwärts, Feuer noch umsehen, verlassen, Gas, ne. Nichts für mich dabei, ne? Okay. Hier bin ich vorhin angelandet. Aber da bin ich nicht zum Ziel gekommen. Ich muss mal oben rumfliegen. Schauen wir uns mal an, ne? Vielleicht klappt das ja irgendwie. Dass ich da oben hinkomme. Aber so wie es aussieht, kommen wir da gar nicht hin, oder was? Da ist auch einer. Da gibt es eine Map wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, Milzinsel, da muss ich hin. Super, ne? Hier kann ich irgendwie nicht landen. Das ist noch eine Rakete, die mir sogar folgt. Sehr schön. Hier ist ein Leuchtturm. Die ist überall gut bewacht. Und ich glaube, ich muss doch da aussteigen, wo ich schon war, oder? Kann das sein? Ja. Ich bin jetzt gleich einmal rumgeflogen. Und muss mal gucken, wo ich hier am besten andocke. Aber hier ist gar kein Hafen zum Andocken, ne? Okay, da ist schon wieder so eine Rakete, die mir Böses wird. Ja, auch da. Ja, hier gibt es nichts zum Anhalten, glaube ich. Ja. Hier vielleicht. Ja, ich sehe gerade, dass das Teil hier noch länger hinschießt. Und ich habe gerade auch ganz viele hinter mir, ne? Ja, was mache ich mit denen, ne? Ich habe jetzt keine Waffen, nichts mehr hier an Bord. Mein Schiff ist gleich verloren, also... Da brauche ich jetzt auch nicht dranbleiben. Ja, trifft mich. Trifft mich noch mehr, ne? Ja, die sind alle hinter mir her. Bringt nix, ne? Treibstoff niedrig. Auch das noch. Ja, dann weiß ich auch nicht. Jetzt kann ich nur noch aufgeben, oder was? Einfach zurückfliegen. Oder was soll ich jetzt tun? Oh, da ist noch so ein Raketenschiff. Ja, irgendwie sieht es so aus, als ob das ein jedes Ende nimmt, diese Folge. Ja, zu viele hier unterwegs. Habe ich gerade keine Chance. Jetzt muss ich noch zur Tankstelle. Irgendwie weiß ich aber gar nicht, wo die ist. Da vorne schwebt die. Vielleicht ist sie das hier. Will ich hoffen. Ich weiß jetzt, irgendwo jingelt hier auch was. Ich weiß aber nicht was. Hier sind auch noch so ein paar, ne? Auch sehr schön. Jetzt hat er mich auch noch betroffen, ne? So, hier ist jetzt irgendwie was. Angezeigt, ein Schiff. Ja, ich weiß nicht. Jetzt ist der Sprit alle, da gehe ich mal von aus. Ja, irgendwie fährt es noch, aber wohl nicht mehr so schnell. Vielleicht ist das das mit dem Sprit. Könnte auch sein. Ich denke mal, das ist eine schwere Kiste, das Ding. Hier ist jetzt noch so ein ganz netter. Gegen den kann ich auch nichts tun. Gas ist weh, feuern ist auch klar. Umsehen kann ich mit Space machen, verlassen. Aber mir bringt es gerade nichts. Pfaderschiff. Also ich komme jetzt in die Heimat zurück. Aber, ey, das ist die Heimat und die greifen einen hier trotzdem nur an, ne? Haben wir ja auch eine Verteidigung. Weiß ich gar nicht, ne? Sieht irgendwie gerade nicht so aus, oder? Ja. Die holen mich hier auch wieder raus. Das musst du mir überlegen, ey. Wie soll ich das denn überleben, wenn ich da jetzt noch nicht mal andocken kann? Ja, super, oder? Wir haben keine Chance gegen die jetzt, oder was? Wir haben ja nur eine Chance gegen die Heimat zurück. Nicht so. Wir haben ja auch nur ein bisphäre Heimat. Wir haben ja auch ein paar Jahre. Ja, ich bin nicht so. Wir haben ja auch gearbeitet. Ich bin nur damit, wenn wir dann nicht mehr. Und dann? Wir haben ja auch noch ein paar Jahre. Wir haben ja auch mit vier Jahre. Und dann? Ich bin ja gerne. Nein, danke. So, das war's. Da ist unser Schiff kaputt gegangen. Gut geklappt, oder? Aber die sind ja jetzt immer noch vor unserem Vaterschiff und haben wir keine Verteidigung, nix. Das ist ja ganz traurig, oder? Gedrückt halten, schlafen. Das wird wahrscheinlich das Beste sein. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist bestimmt ein interessantes Spiel, aber mein Spielprinzip ist das jetzt hier nicht so ganz, finde ich. Also da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit, ne? Jetzt haben wir hier ein Schiff, wo ich mir die Frage stelle, ob ich das überhaupt steuern. Also ich kann es steuern, klar. Aber kann ich überhaupt irgendwas schaffen? Jetzt ist auch keine Quest mehr da, ne? Die ist schon abgelaufen, oder was? Dann muss ich die mir erst holen. Könnte auch sein, ne? Ein Land zu kommen, ist ja schon für mich schwierig, ne? Ach, da oben steht jetzt die Quest, alles klar. So. Jetzt, wenn ich hier bin... Ja, doch, jetzt fliegt's ja. Aber Sprit, sehe ich schon, ist schon gar nicht genug da, ne? Wo sind die Tanker? Da oben. Und das mit dem Tanken war ja auch nicht so mein Ding, ne? Ach, guck mal, da fliegt noch ein Kanister durch die Gegend. Kann ich den aufsammeln? Ja, kann ich. Und das war ja das Problem, was ich hatte. Ich krieg das noch nicht mehr hier eingeladen, ne? E-Gedrückt-Teilen zum Befüllen. Es passiert aber nichts. Was soll hier los werden? E-Gedrückt-Teilen. Ich hab hier E, drücke E, aber es passiert nichts. Ha? Wie soll ich denn mein Schiff tanken? Ist der Kanister leer, oder was? E-Gedrückt halten. 48 befüllen. Schmeiß es weg. Wie kann ich es wegschmeißen? Wie hab ich das jetzt weggeschmissen? Äh. Öffnen. Jetzt blieb es auf jeden Fall los. Ja, das mit dem Dingens muss ich auch noch lernen, ne? So, da ist das Tankschiff. Da müssen wir als erstes hin. So. So, hier gibt es Sprit. Gedrückt halten, kaufen. Hab ich. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Sprit hier rüberkriege. So, jetzt ein bisschen vor. So, und jetzt eh gedrückt halten. Aber, es passiert nichts. Nee, tut mir leid, aber... Ich hab den Sprit dabei, kann aber nichts mit anfangen. Weil hier das eh nicht geht. Schön wär's gewesen, ne? Aber wenn ich mein Schiff nicht befüllen kann, was soll ich dann tun, wenn es nicht geht? Ich sehe jetzt nicht so den sittlichen Nährwert, das festzustellen. Interagieren ist eh, also füllen. Nahkampfangriff. Ausrüstungsschiff. Kanonenwinkel nach rechtsfeuern, nach linksfeuern. Feuern. Alle Kanonenabwehren, umsehen, einzige Fähigkeit, Oberfläche. Ja, es sind sehr viele schöne Dinge da, die man hier bestimmt gut machen kann. Aber ich bin leider überfragt, wie ich das mit dem E hinkriegen sollte, wenn ich da nicht tanken kann. Dann kann ich da nicht tanken. Wie soll ich den Sprit da reinkriegen, wenn das nicht geht? Inselangriff verloren. Du hast nicht rechtzeitig bei Verteidigung der Insel geholfen, da ist sie jetzt vom Falken besetzt. Ja, super. Ja, wenn ihr mir erstmal das Spiel sagen würdet, wie ich hier Sprit aufs Schiff kriege, dann... ...wäre das schon cool. Ja, leider geht das nicht. ...spacen wir jetzt, glaube ich, hier einen Tab, habe ich gedrückt oder was, dann kriegst du diese schicke Karte. Toll, ne? EWI öffnen. So, hingezügt zum Schiffsleiderraum. Sprit. So, was ist jetzt hier zu machen? Nix. Ich krieg den Sprit da nicht rein. Das ist mein Problem. Was haben wir denn noch hier so? Ehe, ach. Jetzt sag nicht, ich muss den Kanister hier kaufen. Nee, ne? Das kann jetzt nicht sein, oder? Ich kaufe leere Kanister. Und drücke jetzt hier... Nee, das ist nicht wahr, oder? Leute. Das ist nicht wahr. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist doch der Hammer. Alter Schweder. Jetzt ist schon 100% voll. Cool, oder? Ja, komm, dann machen wir hier aber nochmal voll. Und nehmen noch zwei Kanister mit, sozusagen. Ja, und das bedeutet, ich habe reichlich Kanister dabei. Ehe, nehmen. So, zack, rüber. Und drücken. Und voll. So, der ist voll, der ist voll. Das ist der Hammer, ne? Wie, mehr Sprit gibt es hier nicht, oder was? Ach, nicht genügend Geld. Alles klar. Ja, wäre schön gewesen, wenn ich noch Munition gehabt hätte, ne? So, okay. Sprit spielt jetzt keine Rolle mehr, oder? Oder wie sehe ich das? So, und wie? Gibt es hier auch Munition, ne? Was ist das hier? Ach, doch. Munition aufhören. Ich sehe aber jetzt nicht, wo das Meer werden könnte, ne? Na, wollen wir hoffen, ne? Dass das alles so gelaufen ist, wie ich das mir vorstelle. So, ausparken. Ja, die Insel konnte ich nicht retten. Aber wir sollen noch diesen Hauptschalter machen. Fliegen wir da nochmal rüber? Na, wir fliegen erstmal wieder zum Fahrterschiff, machen eine Pause und gucken uns das vielleicht in der nächsten Folge an. Aber da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich das tue oder nicht, denn momentan bin ich ziemlich frustriert mit dem Ganzen, was hier so läuft, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weiß ich auch noch nicht. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei sein. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Ob es dieses Spiel ist, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Bis dahin. Ciao.